Ich kann unmöglich meine scheiß Firma untergraben. Was? Ich soll Ansprüche für Tomografien bezahlen lassen, die es nie gab? Der Papierkram sieht doch so wie bei Rechten auf. Und wie werde ich nicht dabei erwischt? Es ist schrecklich, wenn du dich selbst schlechter machst. Na komm, du bist doch ein gewitzter Kerl. Ich bin depressiv. Ich bin so scheiß depressiv. Ich kann nichts essen, nicht schlafen. Funkst du Prozac? So läuft. Das ist so ähnlich. Das soll auch gegen die Spielsucht helfen. Mach keinen Scheiß. Naja, die ganze neue Generation von Antidepressiva soll angeblich gegen zwanghaftes Verhalten nützlich sein. So ein Jammer. Ein Medikament kommt raus, nachdem deine Zockerei dafür gesorgt hat, dass deine scheiß Hüfte im Arsch ist. Ich möchte ja nicht gern zynisch sein. Alex, deine Schulden und die Gefühle, die darum kreisen, sind die Quelle all deiner Probleme. Das wissen wir beide. Es tut mir leid, dass ich dich bezahlt habe hören. Ja, das weiß ich doch. Und ich wollte nie was Abfälliges äußern über Tony Soprano. Hey, möchtest du über die Felsen laufen? Ich gehe auf Krücken, das kann ich nicht. Warum schon? Das ist wirklich wunderschön. Komm mit, wir helfen dir. Ich gehe auf da und denke nach. Danke, eher nicht. Also versuchen wir es. Das, was ihr vorhin gesagt habt mit den, ihr wisst schon, mit den Tomografien. Aber die Kleine kann mal und dann mealschreifen. Und dann стал sie dich. Und dann sagt sie, mal his mobs, hm, wohl, ja,